Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janik Brün und dieses Video ist der bereits sechste Teil unseres C-Sharp Crash-Kurses. Und wie der Titel es schon sagt, geht es heute um While und Do While. Oder anders gesagt, um die einfachsten Schleifentypen von C-Sharp. Wir gucken uns in diesem Video jetzt also mal Schleifen an. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal auf den Plan, was wir heute lernen werden. Zuerst werden wir lernen, was eine Schleife ist. Das ist ein sehr wichtiges Konzept bei der Programmierung und das werden wir in diesem Video jetzt erstmal kennenlernen. Dieses ganze Konzept, also was eine Schleife überhaupt ist. Und danach werden wir lernen, was While-Schleifen sind, also was eine While-Schleife ist und was eine Do While-Schleife ist. Das sind die zwei einfachsten Schleifentypen von C-Sharp. Und die gucken wir uns direkt im Anschluss an, wenn wir mal gelernt haben, was eine Schleife überhaupt ist und was die macht und wofür man die verwendet. Okay, fangen wir also erstmal an mit der Frage, was ist eine Schleife? Und diese Frage ist eigentlich ziemlich leicht beantwortet. Schleifen ermöglichen das wiederholte Ausführen von Code-Blöcken. Was Code-Blöcke sind, das weißt du ja inzwischen. Zum Beispiel bei einer If-Abfrage, da bildet man ja immer solche Code-Blöcke mit den geschweiften Klammern. Und diese Code-Blöcke sind einfach ein Block aus Anweisungen in C-Sharp. Und ja, mit Schleifen wird es uns ermöglicht, diese Code-Blöcke wiederholt auszuführen. Also mehr als nur ein einziges Mal stumpf ausführen, sondern wirklich tatsächlich öfter ausführen. Hintereinander. Und ja, sie werden dazu verwendet, also Schleifen werden dazu verwendet, um bestimmte Operationen so lange zu wiederholen, bis ein gewünschtes Ergebnis vorliegt. Das heißt, es gibt ja vielleicht mal die Aufgabe, irgendeine bestimmte Sache zu tun und man will irgendein bestimmtes Ergebnis mit dieser Sache erreichen, also mit dieser Operation, die man da ausführt. Manchmal ist es allerdings nötig, in manchen Fällen diese Operation mehrmals auszuführen, bis man dann wirklich das gewünschte Ergebnis hat. Das werden wir gleich sehen, wie das funktioniert mit der Wildschleife. Und ja, das sehen wir jetzt gleich. Man kann Schleifen aber auch dazu verwenden, um Datenstrukturen zu befüllen, wie zum Beispiel Arrays, Listen und so weiter. Das sind aber alles fortgeschrittenere Dinge, die wir natürlich noch im späteren Verlauf dieses Crashkurses kennenlernen werden. Okay, dann weißt du jetzt ungefähr, was eine Schleife ist. Fassen wir das Ganze zusammen. Es sind einfach Codeblöcke, die sich mehr als nur einmal hintereinander ausführen. Und jetzt lernen wir mal die einfachste Schleife kennen. Beziehungsweise, bevor wir das tun, lernen wir erstmal, was für Schleifen es überhaupt gibt. Es gibt einmal die allereinfachste Schleife, das ist die Wildschleife. Dann gibt es die Wildschleife, auch noch umgekehrt. Das ist die sogenannte Do-Wildschleife und die lernen wir auch in diesem Video noch kennen. Dann gibt es die For-Schleife, das ist die Zählerschleife, die werden wir im nächsten Video kennenlernen. Und neben der For-Schleife gibt es auch die For-Each-Schleife, die wir dann kennenlernen werden, wenn es um Arrays geht. Beziehungsweise um Datenstrukturen. Also die ist jetzt erstmal noch nicht wichtig. In diesem Video sind wirklich nur die oberen zwei relevant. Okay, jetzt aber wirklich, jetzt gucken wir uns mal die einfachste Schleife an. Und zwar die Wildschleife. Die Wildschleife ähnelt eigentlich ziemlich stark einer einfachen If-Abfrage. Sie wiederholt sich so lange, wie eine Bedingung erfüllt wird. Das heißt, wir haben bei einer Wildschleife eine Bedingung, die wir mit einem booltschen Ausdruck bilden. Und solange dieser booltsche Ausdruck ein True zurückgibt, wiederholt sich dieser Code-Block von dieser Wildschleife. Und ja, das gucken wir uns jetzt einfach mal in der Praxis an, in Visual Studio. Und dann wirst du das Ganze auch verstehen. Aber einfach gesagt ist eine Wildschleife einfach nur eine If-Abfrage, die immer wieder am Ende des Code-Blocks guckt, ob die Bedingung von der Abfrage noch erfüllt wird. Und wenn ja, wird der Block einfach nochmal ausgeführt. Gucken wir uns das Ganze einfach mal in Visual Studio an. Wir sind jetzt also hier in einem neuen Projekt in Visual Studio. Und jetzt gucken wir uns die Wildschleifen einfach mal in der Praxis an. So, Wildschleifen. Wir wollen jetzt eine Wildschleife schreiben, die dafür sorgt, dass in der Konsole fünfmal hintereinander eine Zahl ausgegeben wird. Aber diese Zahlen sollen 1 bis 5 sein. Das heißt, es soll in der Konsole stehen 1, 2, 3, 4 und 5. Und das realisieren wir sehr einfach mit einer einfachen Wildschleife. Zuerst brauchen wir eine Zahl, eine Variable, die Zahl heißt und diese setzen wir einfach mal auf 1. Das ist unsere Zählerzahl, die auch immer wieder dann in der Konsole ausgegeben wird. Und was wir jetzt machen wollen, ist diese Zahl in einer Schleife immer wieder um 1 erhöhen und in der Konsole ausgeben lassen. Das heißt, wir schreiben jetzt eine Wildschleife, die das Ganze macht. Die Bedingung von dieser Wildschleife wird sein, dass Zahl so oft wiederholt wird, also dass diese Schleife so oft wiederholt wird und Zahl immer wieder erhöht wird, solange, sagt ja auch, while bedeutet auf Englisch so lange oder während, Zahl kleiner ist oder gleich 5 ist. Also kleiner gleich 5. So, wir schreiben jetzt also Zahl kleiner gleich 5. Und solange diese Bedingung hier erfüllt wird, wird dieser Block dieser Schleife, den wir jetzt mal hier bilden, wiederholt ausgeführt. Das heißt, wenn in diese Schleife reingesprungen wird, der Code kommt von hier oben, dann sieht er diese Wildschleife, guckt sich Zahl an und schaut, ob die kleiner oder gleich 5 ist. Und wenn da ein True rauskommt, wird zuerst einmal Zahl in der Konsole ausgegeben. Also wird hier geschrieben, ConsoleWriteLine, Zahl. Und danach erhöhen wir Zahl um 1. Okay. Und am Ende, wenn diese Schleife fertig ist, müssen wir natürlich das ConsoleReadKey machen, damit wir die Ausgabe auch betrachten können. Das Ganze wird jetzt folgendermaßen aussehen. Der Code kommt von oben, schaut sich die Bedingung an und sieht, okay, ja, Zahl ist ja momentan noch 1. Sie ist also kleiner oder gleich 5. Da kommt ein True in diesem Ausdruck hier raus. Aus diesem Grund wird in die Zeile reingesprungen, äh, in diesen Block reingesprungen und es wird ausgegeben, ConsoleWriteLineZahl. Es wird also die Zahl 1 in der Konsole ausgegeben und daraufhin wird direkt Zahl um 1 erhöht. So, jetzt geht er hier, jetzt kommt er hier unten an diesem Block an und springt wieder hoch in die Bedingung und schaut, ob diese Bedingung immer noch erfüllt wird. Und ja, jetzt ist Zahl 2. Dementsprechend trifft das Ganze hier immer noch zu und er macht das Ganze nochmal. Und das macht er so lange, bis Zahl 5 ist, beziehungsweise größer ist als 5. Wir geben das Ganze ja aus. Wenn Zahl jetzt hier 5 wäre, dann wäre hier ja noch ein True, denn Zahl ist zwar nicht kleiner als 5, aber es ist gleich 5. Deswegen haben wir das Ist gleich hier noch drin. Und dann wird das Ganze hier natürlich nochmal ausgeführt. 5 wird ausgegeben. Zahl wird dann aber um 1 erhöht und dann wird nochmal geguckt, ist es jetzt immer noch kleiner oder gleich 5. Und das ist es dann nicht mehr, es ist größer als 5. Und dementsprechend wird der Block hier dann auch nicht mehr ausgeführt und es kommt auch keine zweite Wiederholung, beziehungsweise sechste Wiederholung. Und ja, das gucken wir uns jetzt einfach mal an, schauen wir uns die Ausgabe an und wir sehen, in der Ausgabe steht 1, 2, 3, 4 und 5. Programmier das am besten mal nach und versuch es nachzuvollziehen und experimentier am besten auch mal ein bisschen damit rum. Und wenn du das gemacht hast, dann gucken wir uns gleich den nächsten Schleifentyp an und zwar die Dual-Schleife. Jetzt gibt es da ja noch die Dual-Schleife und die Dual-Schleife möchte ich dir jetzt mal ganz simpel erklären. Im Grunde solltest du dieses Hauptprinzip dieser Schleife jetzt auch schon verstehen, wenn du die Wild-Schleife verstanden hast. Die Dual-Schleife ist nämlich eigentlich dasselbe wie eine Wild-Schleife, nur dass die Bedingung erst am Ende des Code-Blocks überprüft wird. Das heißt, die Wild-Schleife, die normale, da hatte ja die Bool'sche Ausdruck, die Bedingung, die stand ja oben vor dem Code-Block. Bei Do-While ist es andersrum, da steht die Bedingung und die Überprüfung erst ganz unten am Ende des Code-Blocks. Und ja, was hat man davon? Die Schleife wird, egal ob die Bedingung erfüllt wird oder nicht, mindestens ein einziges Mal ausgeführt. Für ganz spezielle Dinge braucht man das einfach. Es gibt immer mal wieder den Fall, dass man eine Schleife bzw. den Code-Block einer Schleife mindestens einmal ausführen muss. Und dementsprechend gibt es die Dual-Schleife. Und ja, die Dual-Schleife nennt man übrigens auch eine Fußgesteuerte Schleife, denn die Bedingung wird erst am Fuß der Schleife geprüft, während die normale Wild-Schleife zu den kopfgesteuerten Schleifen gehört, weil die Bedingung dort im Schleifenkopf steht. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt einfach nochmal in der Praxis an und ja, wir sehen uns gleich im IDE wieder. Wir sind also wieder zurück in der Entwicklungsumgebung und du siehst, wir haben eigentlich noch den ziemlich selben Code wie vorher. Die einzige Sache, die ich geändert habe, ist diese Schleife hier und zwar habe ich aus der While-Schleife von vorhin eine Dual-Schleife gemacht. Und du siehst ja auch schon, wie man diese Dual-Schleifen bildet. Zuerst schreiben wir das Schlüsselwort Do und dann kommt der Code-Block mit dem Inhalt der Schleife. Und erst am Ende schreiben wir, wie bei der While-Schleife auch schon, ein While und dann die Bedingung zum Weiterführen dieser Schleife. Das heißt, wenn hier ein True rauskommt, wird wieder hoch zum Do gesprungen und das Ganze wird nochmal neu ausgeführt. Ein großer Unterschied herrscht hier allerdings auch noch. Hier unten bei der Bedingung ist es zwingend erforderlich, dieses Semikolon zu setzen, wenn die Bedingung gebildet wurde. Das ist auch noch eine Sache, die wichtig ist, denn du siehst, wenn wir das auslassen, ich mache das Semikolon mal weg, dann siehst du, erscheint eine Fehlermeldung. Also das geht nicht, wir müssen hier unbedingt ein Semikolon setzen. So, jetzt führen wir das Ganze doch am besten einfach mal aus, damit du siehst, dass das eigentlich noch das so ziemlich gleiche ist. In der Konsole steht 1, 2, 3, 4 und 5 und eigentlich ist das auch wirklich dasselbe. Der einzige Unterschied ist hier jetzt, wenn die Bedingung unten nicht erfüllt werden würde, dann würde trotzdem mindestens eine Zahl drinstehen. Denn hier wird ja, der Code kommt von oben, es hat hier die Zahl, diese variable Zahl initialisiert, dann kommt sie hier bei diesem Do an. Und der Codeblock wird ja dann schon mal erstmal ausgeführt einmal, bevor dann eine Überprüfung stattfindet, ob das Ganze nochmal ausgeführt werden soll. Und würde ich jetzt diese Zahl hier einfach mal auf, sagen wir mal 7 stellen, dann wird diese Bedingung hier unten ja nicht mehr erfüllt. Du wirst aber sehen, dass die variable Zahl, also diese 7 hier, mindestens einmal ausgegeben wird in der Konsole. Und das zeige ich dir mal. Wir sehen, hier steht die Zahl 7 drin. Bei einer normalen Wildschleife wäre dieser ganze Code hier gar nicht ausgeführt worden. Also er wäre nicht mal einmal ausgeführt worden. Und hier ist es jetzt so, bei der Do Wildschleife, da wird der Code mindestens einmal ausgeführt, ob Bedingung erfüllt wird oder nicht. Okay, das war es aber jetzt eigentlich auch schon mit den Wildschleifen und den Do Wildschleifen. Du hast jetzt gelernt, was eine Schleife ist, wie man die ersten zwei einfachen Schleifen benutzt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo wir dann die Vorschleife genauer anschauen. Die ist ein bisschen komplizierter, aber das wird schon. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch am besten einfach mal einen Daumen nach oben da. Abonniere diesen Kanal, wenn du regelmäßig Programmiervideos sehen möchtest. Und in diesem Sinne war es das von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.